Hey und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal schön dass du eingeschaltet hast es ist lange her monate ich glaube sechs oder sieben monate von meinem letzten video und ich wollte euch heute eigentlich sagen wieso und weshalb und euch auch mitteilen dass ich jetzt wieder versuchen möchte regelmäßig videos hochzuladen aber wir beginnen jetzt erst mal mit dem wieso weshalb warum ich habe im ich weiß gar nicht genau wann zwar januar februar habe ich ja mein letztes video hochgeladen gehabt und dann hatte ich glaube ich kurzzeitig noch mal so ein so ein shot also so ein kurz video gepostet von der küche sehr schön und wollte ja eigentlich dann auch die küche so ein bisschen zeigen und das werde ich auf jeden fall demnächst machen das habe ich mir jetzt fest genommen dann so irgendwann mal nach ein paar monaten aber um noch mal darauf zurückzukommen warum und weshalb halt kein video mehr kam das lag halt einfach daran dass die letzte zeit über den winter hinweg wir hatten ja keine küche so richtig gehabt und viele sachen die mich dann halt einfach auch stress haben und ich war dann halt einfach an einem punkt wo ich gesagt habe okay ich brauche wie eine art pause ich muss in meinem leben ein paar sachen zurückstellen um halt erst mal wieder runter zu kommen weil ich habe dann zunehmend gemerkt dass ich mir selber zu viel druck und zu viel stress gemacht habe und ich glaube das ist halt einfach heutzutage ein sehr weit verbreitetes problem bei vielen menschen und da ist es egal ob man man oder frau ist ob man kinder hat und man keine kinder hat man macht sich heutzutage sehr viel druck und sehr viel stress zumindest viele menschen machen das kann ich mir zumindest vorstellen und das macht halt krank und wenn man nicht selber in sich hört und rechtzeitig sagt okay stopp man muss jetzt einfach mal irgendwo was zurückstellen um halt die eigene gesundheit zu fördern wenn man das halt nicht rechtzeitig macht dann ja muss man halt einfach aufpassen weil das kann halt wirklich böse enden und ich habe ich bin persönlich stolz darauf ich habe gott sei dank diesen punkt gemerkt und habe das dann halt gemacht und deswegen habe ich dann halt eine pause eingelegt warum ich jetzt diese pause so lange gezogen habe hat noch einen weiteren grund und zwar ist das der dass mein mann und ich nicht mehr zusammen sind wir haben uns dann im februar getrennt gott sei dank man kann eigentlich sagen im friedlichen und für diese lebenssituation oder für diese situation im allgemeinen ja freundschaftlich friedlich wir haben ja zwei kleine kinder jetzt fast zwei jahre und bald ja im halben jahr dann vier jahre alt deswegen war es halt umso wichtiger ein miteinander zu finden dass man halt sich noch anschauen kann dass man halt zusammen als team agieren kann und ja das brauchte halt einfach zeit diese lebensumstellung brauchte ebenfalls die zeit und auch die kinder braucht die zeit und ja für mich war es halt einfach der richtige weg mir die zeit zu nehmen und ja ich denke wir sind jetzt an einem punkt wo man sagt dieser neue alltag hört sich auch komisch an der neue alltag aber der ist jetzt gekommen wo glaube ich alles erstmal sortiert ist und natürlich wird das leben jetzt nicht einfacher dadurch und natürlich kann ich auch nicht versprechen dass ich jetzt bis zu meinem lebensende durchgehend immer regelmäßig youtube videos hochladen kann aber ich möchte jetzt wieder versuchen und ja ich werde oder beziehungsweise werde ich versuchen so gut ich kann halt videos zu machen und halt auch dann ja zu bearbeiten damit die dann halt präsentationsreif sind also man muss ja natürlich dazu sagen dass ja bei youtube videos hochzuladen das ist ja nicht einfach aufnehmen in ein programm spielen bisschen was einfügen und hochladen man sitzt da halt schon eine gewisse zeit dran weil man möchte ja dann irgendwo auch versuchen etwas anständiges zu er kreieren und auch wenn ich da jetzt kein profi bin ich glaube jeder cutter würde die hände über den kopf zusammenschlagen wenn er meine videos sieht keine ahnung aber ja man möchte es ja dann dennoch versuchen seinen vorstellungen entsprechend da etwas zu herzustellen und ja deswegen werde ich da jetzt versuchen halt diese zeit wieder zu finden ja halt auf meine lebenssituation jetzt noch mal zurück zu kommen es ist halt so dass ich mit den kindern halt weiterhin in dem haus wohnen welches ihr halt zuletzt gesehen habt habt in meinem putz routine gott sei dank habe ich da eine so gute basis mit meinem mann dass er mich halt weiterhin unterstützt und mir halt die möglichkeit gibt hier in dem haus zu wohnen ja und 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 halt einfach versucht auch weiterhin meinen rücken zu stärken also es beruht natürlich auf gegenseitigkeit natürlich versuche ich da halt auch so gut ihm noch beizustehen wir arbeiten halt auch noch zusammen und haben eine wirklich sehr gute menschliche basis glaube ich gefunden in der wir richtig gut zurechtkommen auch für die kinder es könnte jetzt der ein oder andere sagen nach her mensch wenn euch doch mal so gut versteht warum habt ihr euch dann getrennt jeder macht ja mal schlechte zeiten durch und ja das mag so sein aber für mich waren halt vielleicht einfach auch ein paar gesichtspunkte da wo ich gesagt habe ich habe das gefühl es wird nichts mehr so werden wie man es sich vorstellt und wenn das halt so ist dass man selber dann in dieser gefühlslage liegt so zu sagen das ist für mich nicht mehr so wie es mal war und ich habe das gefühl ich kann das nicht mehr dann ist es glaube ich einfach wichtig vielleicht auch einfach so ehrlich zu sein und zu sagen okay komm pass auf das klappt so nicht mehr ich bin wirklich sehr froh darum dass wir nicht so eine situation haben wie vielleicht viele andere bei denen das dann halt nicht mehr so friedlich abläuft sei es jetzt durch weil sie nicht betrug also fremdgehen häusliche gewalt oder weiß der kuckuck was also wünsche ich keinem und ich bin halt auch froh dass ich das nicht hatte dass wir halt beide wirklich so anständig und so respektvoll miteinander umgegangen sind dass wir halt auch wirklich zum guten der kinder da irgendwo diesen weg gefunden haben oder diesen weg gegangen sind denn auf krampf irgendwo was versuchen zu halten für die kinder das ist halt nicht mein weg den ich gehen möchte oder gehen wollen würde ich bin selber scheidungskind ich habe es selber erlebt gott sei dank haben es meine eltern auch vernünftig und respektvoll hinbekommen und für diese situation ja ich sage jetzt mal angenehm ich hoffe ihr wisst was ich meine und ich bin auch froh dass mein mann und ich das hinbekommen haben für unsere kinder denn ich finde es auch ganz wichtig den kindern zu zeigen wenn man das geführt man oder wenn man nicht glücklich ist und man hat das gefühl irgendwas ist nicht in ordnung dass auf krampf irgendwo beizubehalten für andere personen ist nicht der richtige weg ich finde auch kinder egal in welchem alter sie sind sollten lernen dass das das eigene bedürfnis an erster stelle steht also die eigenen grundbedürfnisse und das ist halt zum einen das glücklich sein denn bin ich glücklich sind auch können auch meine kinder glücklich sein es gibt dann halt auch viele situationen die man halt auch umgeht viele unschöne situationen streitereien klar man hat immer mal diskussionen und und unstimmigkeiten das ist auch okay aber ich finde streit kann man irgendwo auch unterteilen und ich finde es gibt auch äußerst einen äußerst schädlichen streit kann es geben für mitmenschen die das halt mitbekommen gerade wenn es so kleine junge menschen sind und ich finde bin halt wirklich froh dass wir in diese situation nicht kommen werden ja und dass die kinder halt einfach weiterhin mama und papa haben zu jeder zeit also wir haben halt ein 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 grundbesuch system also so dieses zwei wochen typische zwei wochen rhythmus aber sobald irgendwie von welcher seite auch immer sei es den kindern oder der papa sollte da irgendwo das bedürfnis zu stehen sei oder das bedürfnis sein sich sehen zu wollen werden wir das auch ermöglichen also wenn die kinder hat das gefühl haben sie 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 vermissen ihn dolle sie möchten ihn sehen dann ist das für mich keine frage dann dürfen sie ihn auch sehen dann dürfen sie noch besuchen oder halt auch bei ihm übernachten wie auch immer und andersrum ist das genauso also wenn es ihm da halt irgendwo danach oder ihm danach ist seine kinder sehen zu wollen dann jederzeit gut es sei denn man ist jetzt vielleicht irgendwie im urlaub dann geht das natürlich nicht aber ja wir haben da halt einfach eine glaube ich eine super gesunde basis gefunden und ja und ich bin froh oder und ich hoffe auch sehr stark dass wir das beibehalten dass das natürlich nicht einfach ist man immer mal situationen hat die unschön sind oder oder was heißt unschön sind die hat vielleicht unangenehm sind aber ich denke da muss man dann halt irgendwann auch einfach drüber stehen und sagen okay pass auf komm wir haben ein lebensmittelpunkt der uns für immer verbinden wird und für die werden wir uns halt wirklich zusammenreißen und das sollte halt einfach möglich sein zumindest in diesen gesunden waren ich weiß dass es bestimmt ja situationen gibt wo man froh ist wenn dann vielleicht der eine partner nicht mehr da ist wenn es um die kinder geht aber ich glaube das sind auch situationen die halt wirklich sehr sehr hart sind und die hat keiner von uns haben möchte aber ich bin prinzipiell hat immer mensch wenn es möglich ist was 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 jetzt in der im sozialen umfeld den sozialen umfeld betrifft dann sollte man das halt immer ermöglichen denn im endeffekt es geht um die kinder und man hat als elternteil eine verantwortung zu tragen und deswegen machen wir das das dazu jetzt wisst ihr warum meine pause so lange war um halt wieder einfach in diesen alltag zu finden genau wie gesagt also ich wohne hier mit den kindern jetzt und den zwei hunden aria ist ja meine hündin die habe ich ja von auch mit damals mit in die beziehung gebracht deswegen stand es für mich außer frage dass sie bei mir bleibt und ja der kayo war eigentlich ja von meinem mann der hund er konnte ihn jetzt aber einfach nicht mitnehmen die lebenssituation oder die veränderung ließ es halt nicht zu und aufgrund dass ja mein sohn der dir sehr ein sehr enges verhältnis zu ihm hegt also man merkt das sehr dass sie sehr aufeinander abgestimmt sind habe ich mich dazu entschlossen ihn zu behalten und ja ich weiß das ist ein sehr sehr großes paket was ich hier trage und mit ich sag jetzt mal vier kindern und dem ein gerecht zu werden ist wirklich äußerst äußerst schwierig denn ich arbeite auch noch ja umso wichtiger ist es halt auch zu erwähnen dass ich natürlich nicht alleine damit da stehe denn ich habe wundervolle menschen als nachbarn die mich da unterstützen und mir helfen meinen nachbarn die stammen sich den cario dann halt auch mal und fahren mit ihm fahrrad regelmäßig und darüber bin ich wirklich dankbar und das ist halt auch mit so einem punkt gewesen warum ich mich dann halt dafür entschieden habe cario zu behalten zum einen das und zum anderen weil ich halt einfach ja mental nicht in der lage wäre ihn abzugeben weil ich hatte diese situation schon einmal und das war für mich eine herzensbrecher aktion das tat mir unglaublich weh auch wenn ich weiß dass es dem hund heute wahrscheinlich unglaublich gut geht aber ja ich werde wie gesagt alles dafür tun dass es auch den hunden hier gut geht und es ihnen an nichts fehlt bei arias halt der vorteil sie ist halt also was heißt der vorteil sie ist halt schon älter der tag wird immer näher rücken bei ihr aber da denken wir jetzt nicht dran aber sie ist halt schon älter und sie ist halt einfach wirklich eine enorme couch potato also sie ist halt wirklich so eine komme ich nicht heute komme ich morgen für ihre rasse komplett untypisch glaube ich aber wie gesagt ein sehr ausgeglichener hund oder eine sehr ausgeglichene hündin und ja cario ist natürlich noch so ein hautegen sports kanone erst wie gesagt auch noch ein jung hund er ist er wird jetzt heißt silvester erst zwei jahre alt und da bin ich halt auch froh darum dass er hat meine nachbarn mir da helfen ja das ist jetzt so mein verrücktes leben my crazy life ja und wie gesagt ich bin jetzt halt drauf und dran oder ich werde mein bestes versuchen wieder dieses zu machen es wird ums putzen gehen wie immer vielleicht versuche ich auch wieder ein bisschen mehr kreativität mit rein zu bringen ich weiß nicht ob man es sieht aber ich habe ja auch so ein bisschen angefangen zu malen also gemalt habe ich schon immer gerne aber halt mir auch mal leinwände zu kaufen und zu wo ich weiß gar nicht ob man sie sieht so da sind meine kinder waren so meine erste versuche ist ich bin halt wirklich jetzt kein picasso ne bitte nicht zu viel erwarten das ist halt so wo ich jetzt halt gerade so ein bisschen auch meine finger im spiel habe weil ich gerade lust dazu habe das ding ist halt bei mir ich bin halt so ein sehr sprunghafter mensch was so hobbys angeht also ich wechsele immer sehr viel zwischen meinen hobbys sei es das malen sei es vorsichtig schnickchen er vorsicht sei es das malen sei es das nähen ich nähe ab und an auch gerne vor allem in den dunklen und kalten jahreszeiten ich habe das ist irgendwie auch es ist so ein bisschen ich glaube das kommt so ein bisschen stecken ich möchte halt gerne auch versuchen von meinen kreativen hobbys vielleicht wieder so ein bisschen was mit rein zu nehmen wie gesagt backen kochen mache ich ja gerne wie gesagt nähen zu den kalten jahreszeiten wo ich ja glaube dass das so ein bisschen also eingefleschte nähen wahrscheinlich das ganze jahr über aber für mich ist es halt irgendwie immer so zu diesen kalten jahreszeiten hin hole ich dann gerne meine overlock oder meine nähmaschine raus und ja mal gucken was ich da dann so finde so ne an basteleien und so wovon ich dann vielleicht auch wieder gerne so das ein oder andere video machen möchte und ja ich mag das ja immer so diese vielfältigkeit und ich finde es halt auch wichtig dass man sich auch immer mal an neue sachen rantraut und kommen gleich süße das dazu und dann hoffe ich dass wir jetzt halt wieder weitermachen können da wo wir aufgehört haben wenn ihr dabei sein wollt dann würde ich mich riesig darüber freuen und wenn ihr mich da unterstützt ja wie das geht wisst ihr ja wahrscheinlich wenn euch das video gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben da und wenn ihr mehr von mir sehen möchte dann klickt auf abonnieren und aktiviert die glocke dann werdet ihr benachrichtigt wenn ein neues video online kommt und jetzt hat arya hunger und ja dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten video wieder und bis dahin macht's gut ciao